Vielen Dank, Herr George W. Böhm, dass Sie wieder mal in Funktion sind und nur als Papier- oder Bannerhalter. Aber auch das ist wichtig. Jetzt sehen Sie die 16-fache Vergrößerung von Sky Juju anlässlich des Fotos, das als Banner produziert wird, damit dann eine Videosequenz aufgezeichnet werden kann mit dem Haupt-Actor Sky Juju bei der Landung und beim Start in St. Hillary anlässlich des 400-meter-Banner-Weltrekordes in Frankreich. Gratulation, galakom.tv und deren Partner. Und natürlich, ich glaube, der George W. Böhm, der gratuliert auch, oder? Ja, selbstverständlich. Aber nicht einschlafen, sondern fliegen. Ja, bis bald. Tschüss.